Sich einmal wie eine Prinzessin fühlen. Kate Middletons Verlobungsring wird schon bald für andere Damen erhältlich sein. Zumindest die Billigkopie des Ringes. Nur 50 US-Cents kostet die Billigkopie, bestehend aus Acryl und Aluminium. Für zusätzliche 7 Dollar gibt es den Ring aus versilbertem Kupfer mit funkelnden Zirkonen. Chinesische Jubiliere wie Zhou Mingwang sahen ein Riesengeschäft, als sie in den Medienberichten über die Verlobung aus dem britischen Königshaus erfuhren. Nun sind die royalen Replikate ein Verkaufsschlager. Sie kosten fast gar nichts. Im Vergleich dazu, dass Original ein Saphir mit Diamanten umrahmt, für umgerechnet 34.000 Euro. Die Bestellungen der Billigkopien kommen aus England, den USA und Westeuropa. Als sie ihre Verlobung verkündeten, sah ich zufällig den Ring im Internet. Ich wusste, dass dieses Ding einen großen Erinnerungswert hat. Ich dachte, dass es für das Produkt einen guten Markt gibt. Unternehmen wie von Zhou Mingwang befinden sich im östlichen Teil Chinas, in der Stadt Yiwu, Provinz Zhejiang. Dort ist der größte Markt für kleine Handelswaren. Herr Zhou sagt, sein Unternehmen wird dennoch kleine Veränderungen an der Größe oder dem Design vornehmen, um Copyright-Schwierigkeiten zu vermeiden. Ich spreche gerade anlegen. tiếp hoten Vielen Dank.